Spielt mit den erotischen Fantasien der Fußballfans, Nivis Celsius. Ihr Ziel, sie will die beliebteste Spielerfrau werden. Seit Monaten drängt die Gattin vom Karlsruher Dino Dribic ins Rampenlicht. Sie ist eine tolle, intelligente Frau, die alles schafft, was sie sich vornimmt. Ich unterstütze sie in allem, was sie tut. Und ich wünsche ja auch, dass sich alle ihre Wünsche erfüllen. Celsius plaudert allzu gern über intime Details aus dem Privatleben. Wer bei der schönsten Sache der Welt an Fußball denkt, der kennt noch nicht die Vermarktungsstrategie von Nivis Celsius. Das mit dem Sex auf dem Dach des Bernabeu-Stadions in Madrid, das wurde etwas falsch übersetzt. Auf dem Dach, das wäre dann der etwas zu große Adrenalinkick. Dann doch lieber auf dem Spielfeld. Statt Bernabeu-Stadion bleibt nur der Trainingsplatz am Wildparkstadion. Statt Champions-League-Atmosphäre Zweitliga-Romantik. Der KSC ist abgestiegen, damit sinkt das Starrbarometer für Celsius automatisch. Und sie wäre wieder ganz oben. Sarah Brandner, Münchner Model, Freundin von Bastian Schweinsteiger. Den Begriff Spielerfrau lehnt sie ab. Derzeit sagte sie, meinen Freund nennt ja auch keiner Modelmann. Wohl wahr, denn Bastian Schweinsteiger gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Fußballern. Dino Trippic und Nives Celsius können sich davon noch eine Scheibe abschneiden. Gutes Aussehen und viel Publicity sind eben doch nicht alles. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.